so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge eurotrack simulatoren die wupps schauen wir mal der will 31 ich weiß gerade gar nicht genau nur aktuelle mission haben wir leider 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 schon aktuelle mission aber nicht das heißt wir hatten noch ein kredit genau dem sondern zurückzahlen so hatte ich auch eine erinnerung das heißt wir können es aktuell mal gucken von level 33 sind wir noch ein bisschen entfernt das heißt wir hängen tatsächlich ats etwas hinterher hätte ich ja nicht gedacht wir sollten mal wieder ein paar größere routen fahren aber erst mal gucken wir wollten irgendwie gucken ob wir eine rote hoch finden das ist eine falsche richtung das ist zu weit das könnte man machen auch falsche richtungen gibt es denn nichts das sieht gut aus für 43.000 ja können ja schon fast das hier machen macht dann schon fast mehr sinn dann haben wir halt das doppelte weil wir fast das doppelte pro schrecke verdienen ich glaube dann machen wir das let's go so road to the black sea dlc ich glaube auch fährt noch letztens eine moment mal hatte ich letztens eine route rausgesucht gehabt wait a minute ach jetzt wird natürlich wir sprechen mal kurz an der stelle und dann gucke ich mal gucken wir mal ob wir hier autospeicherung 15 das hier wie soll ich von da keine autospeicherung ist ja auch egal ja immer mal aber nee wenn wir da ein bisschen eine mission gehabt hätte also eine mission angenommen habe auf jeden fall noch nicht das weiß ich hat uns ja schon eine rausgesucht gehabt ich musste mal aber der schwächerstand ist voll alt ja genau das hier komplett kompletter humbug ich war mal den hier genau so hatten wir schon was rausgesucht hat aber noch nicht tatsächlich ich kann mich daran erinnern dass wir hier und die strecke rausgesucht hatten ach nee der meint wir sind letztens die strecke von da nach hier gefahren und genau wir sind erst hier so reingekommen und sind dann so wieder hoch raus gefahren das war die strecke die wir letztens gemacht haben okay nevermind dann ist ja alles korrekt gut dann mit der mission loslegen wir dafür brauchen nur ich würde schön geschild fahren in ruhe einfach mal die landschaft genießen quasi also er sagt wenden das ist natürlich schon mal nicht so schön weil genug platz haben war machen wir jetzt mal ein bisschen musik an ich wollte schon wieder mit der bremsen schlicht idee so 35 kilometer gott man auch die ganz schön hell im rückspiegel der ist ja fast weiß das ist doch nicht gut alter völlig überstrahlt das ist doch schon wieder hier Fluchtzeichen und dann rechts abbiegen. Und blieb nach rechts ab. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Wir fahren genau dahin, wo wir letztens waren. Also vorliegende Folge. Geht ja schon hart so aus. Also wir werden gleich bleiben können. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr zweitelausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Da. Da. Da wo das Flugzeug gerade lang fliegt, da ist ganz kurz was aufgeblüht, als ich hier nicht guckt habe. Da. 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 So, 1400 Kilometer, ungefähr. 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 Tja, Palmson müssen zwar nicht, aber viel würde ich am liebsten, weil sonst wird das echt eine lange Nachtfahrt, wobei ganz ehrlich, wie gesagt, erstens, wo der Nachttunnel überarbeitet, aber, ey, ah, äh, und zum anderen, ja, sowieso mal wieder mit einer Abwechslung. Tja, wieso ich glaube, das Spiel ist so extrem hier, heiliger Scheiße, da sind jetzt schon ein paar Grundlager dabei gewesen. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr Richterausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. In diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Am Kreisverkehr. Am Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr. Am Kreisverkehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Wieder diese Zahnstocher-Ampeln, äh Schranken. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Weißt du, da war schon fast unter 90.000 Meter. Die Welt, wie wir es kennen, wird nicht länger da sein. Die Welt ist weg. Eine neue Welt hat angefangen. Wenn wir uns abbiegen, bieten die Welt, die wir uns abbiegen. Wir werden uns abbiegen. Wir werden uns abbiegen. Liege nach links ab. Immer geradeaus. Liege nach links ab. Die Hebe ist scorching. Flursts burned up. The sky colors red. Volcanoes erupt. The world has been going. We'll no longer be there. We'll be there. Water is gone. I'll be there on the screen. I'll be there on the screen. I'll be there on the screen. We've reached the next station. And yeah. We'll be there on the next episode. See you soon.